Hallo und herzlich willkommen wieder zu Satisfactory und wir kümmern uns heute um die Stromproduktion. Leider kann ich noch keine Kohle machen, also keine Kohleenergie, weil uns dazu die Dinge fehlen. Ich habe den Namen vergessen. Kupferplatten, genau. Kupferbleche. Und deswegen werde ich jetzt erst mal einen Haufen an Bioreaktoren bauen. Biomassegeneratoren. Da werde ich mal ein riesen Feld machen. Da werde ich alles hier entspannen. Ich habe es mir gedacht. Dafür werde ich nämlich erst mal hier noch ein... ein Container. Dann werde ich hier... So machen wir. Echt zu laut. Dann werde ich mal die Bio-Sachen hier rausholen und werde wahrscheinlich doch mal eine Produktion starten. Ähm, die Stromverteilung müssen wir uns dann auch noch kümmern hier. Feldbereiter sein. Das wird auch noch richtig spannend. Äh, ich glaube, das mache ich dann erst mal. So... an 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 ein ein ich habe keine kabels mehr dann brauchen wir noch das wird zu den kappen ist kiste hier Hallo? Achso! Ah! Andeya! wieso komme ich ja nicht durch sie geht das nicht aber der schon dran ist okay du dann du kannst weiter hier hin also bis hier läuft das schon mal ganz gut kommst du nochmal müsste eigentlich von hier drinnen aus die irgendwo mehr platz die ja noch von hier ich wollte ich jetzt nicht hier Das war's. Dann käme er hier. jetzt bin ich ein bisschen verwirrt war das da ich hätte mal alle die hätten war die haben war hier haben war fehlt nur die da oben und dieses dahinten da nehme ich das doch nicht so nach da oben und 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 so dann nehmen wir das hier mit hier rüber das hier dann die und das hier nehmen wir dann ab hier mit runter zum anderen strom würde ich dann mal so sagen das ist eigentlich nicht so ne schade so woters hier dann dann so ja nur größer trinken wenn die stimme versagt ja nur größer trinken alles an ihr stoppselt und was hätte doch noch oder das hätten wir jetzt ja so wird aber das ganze verdrahtet sogar gar nicht mal so schlecht muss ich ganz ehrlich mich verloben aber hier habe ich doch vergessen die beiden nicht zusammen machen oh dann fällen noch die dann fehlt uns eigentlich nur noch strom an machen aber da würde ich gerne noch mal was anderes machen hier und zwar ich würde hier dann dann und das wird ihr euch jetzt fragen werde ich euch sofort erklären eine sekunde ich werde das nur beim koch zu ende machen dann sieht er das schon so da werde ich hier nämlich jetzt die produktion für machen zu fester biotreibstoff dann kommen hier die holz und hier die blätter rein natürlich hier immer blätter rein da hinten immer das holz und dann wird das hier zu zu biomasse und von der biomasse kommt das zusammen hier rein da werde ich hier das noch mal kurz ein bisschen schnelleren machen da kommen hier rein die normal biomasse von beiden das habe ich da schon eingestellt und hier kommen dann der feste biotreibstoff also aus normaler biomasse der feste biotreibstoff so nämlich und das wird dann so hier kommt erst mal der ganze schmutz rein das kraut dann muss ich mal kurz gucken ob wir hier noch ein bisschen an zeug hier drin haben irgendwo und jetzt so da bin ich mal gespannt ob die überhaupt reichen also jetzt nicht dass hier das das sollte eigentlich reichen für die ganzen dinge aber ob die ob der gang die die biomasse reaktoren hier sozusagen funktionieren dafür also ob die das schaffen weil ich glaube die bringen jeweils nur 30 und das 3 6 9 12 15 18 180 watt und ich glaube das reicht nicht 3 6 9 12 15 ich muss mal gucken wie viele bringen 30 megawatt bringen die ja 3 6 6 9 12 15 18 21 210 ich glaube nicht dass die das packen also vorher ist natürlich schon bei dir gehen ja dann erstmal ran und dann wenn die dann mal starten ok der startet der bringt es ja natürlich dann rüber eben ist nach oben genau der schon dabei wieso ist der denn so viel schneller als der naja auf jeden fall werden wir gleich sehen wenn die anderen alle anspringen die hier anspringen die hier anspringen und sowas da werden wir dann sehen ob es dann auch ausreicht der strom in der zwischenzeit werde ich noch ein bisschen habe ich da warten ja dafür habe ich heute eben kurz noch mal hier nehme ich dann mit die motor sehr und dann streife ich hier noch ein bisschen rum wenn euch das zu laut ist bitte in die kommentare damit weil ich habe das gefühl dass es zu laut ist und dann ohne audio ok ist nicht sehr viel leiser geworden aber immerhin ein heute kommt gut was bei sammeln hatte ich die schon gesammelt hat er kommt nur noch zweimal raus okay jeden bohrer nach katerium erz dafür müssten also eine zweite stufe geben dass man mehr aufsammeln kann habe ich jetzt aber noch nicht den schreckens sound gehört warte mal sind wir voll da ist wieder zurückgehen und dann schon mal die erste die ersten wieder reinpacken da aber bis jetzt scheint es doch zu klappen wir schrocken jetzt hier hat man die blätter drin und hier der torus das ist nicht zu viel aber macht nix gucken mal 98 107 warum kommt das so ein stockern ich hatte eigentlich gedacht ich hätte alles komplett richtig gemacht aber anscheinend stoppt irgendwas hier ach ich habe die da oben gar nicht angeschlossen an strom da war noch was die und 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 Da ist das nicht blöd. Wann habe ich das denn gemacht? Da ist das nicht blöd. Oh! Sollte ich das auch schon so machen, ne? Die hatte ich alle. Die habe ich auch. Die hatte ich auch. Was fehlt denn jetzt hier? Ja, das fehlt natürlich alles noch. Sehr clever gemacht, ja. Aber das läuft alles dahinten, ne? Ja, das läuft alles. Das gibt auch alles. Aber ich werde hier... Ich werde mal ein bisschen schneller durchschicken, ja. Und ab da verließen sie ihn. Und alles nur wie dem letzten, oder was? Dann ist das halt mit denen hier, ne? Ich glaube, ich lasse die erstmal voll werden und dann sollen die mal weitermachen. Aber somit wären wir dann jetzt hier erstmal am Ende. Und ich werde wahrscheinlich eventuell noch zwei dran machen hier vorne. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bedanke mich wie immer, dass ihr dabei gewesen seid. Danke fürs Reingeschaut haben und ich sag mal, bis zur nächsten Folge, ne? Bis dahin, euer Bubra. Tschüss. Tschüss.